Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, wir haben beim letzten Mal hier dieses schöne Teil hier gebaut, was natürlich massiv groß ist. Und sind gerade dabei hinten die Eisen-Nodes anzuschließen, um hier eine Eisenproduktion reinzusetzen. Genau, und sind leider bloß letztes Mal die Eisenplatten ausgegangen. Und ich habe gedacht, auf dem Weg schauen wir mal kurz hier vorbei an dem Harp. Und schauen, was wir noch Schönes erforschen können, beziehungsweise was wir Schönes bauen können. Wir brauchen 500 dafür, 200, 200 und 400. Dann können wir den Awesome Shop machen, das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Da kommt außerdem gerade unser Delivery zurück. Oder wir machen das, dafür brauche ich Holy Moly's Rotoren. Ja, das ist unser Transporter. Dafür würde ich Gelee, Launchpads und alles bekommen. Weil ich würde natürlich gerne schauen, dass wir relativ bald ins zweite Zeitalter gehen. Äh, zweite Zeitalter. Äh, in die Stufe, Phase 1. Oder, ne, Phase 3. Phase 1, Phase 1, Phase 2, 2, 3, 3, 4. Ich nenne es jetzt mal Stufe 3 einfach. Stufe 3. Und deswegen, dann werden wir das hier als nächstes machen. Sollte für mich jetzt kein großes Problem hoffentlich werden, weil davon müsste man noch relativ viel Ressourcen irgendwo rumliegen haben. So, so. Moin Leute, wie läuft's? Immer am Limit, ich sehe schon. Eisenlager, boom, voll. Gut, gut, dann schnappen wir uns mal wieder Platten und schnappen uns aber auch gleich von den Sachen hier drüben ein bisschen was. Gut. Und dann lassen wir uns wieder weiterarbeiten, holen uns auf dem Rückweg noch ein bisschen Beton zum Bauern und dann geht das schon weiter. Ah, wir brauchen Kupferdraht. Schau, wie viel er schon wieder gemacht hat. Easy Sache hier. Kabel brauchen wir auch fürs Arbeiten. Von daher nehme ich da auch ein paar Mütze. 55 hier drin. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Oh ja, Kupferdraht ist auch nicht so viel da, wie ich erwartet hätte. Aber okay, wir splitten ihn halt da rauf und es ist nicht die größte Produktionsgeschwindigkeit hier. Ich darf jetzt da nicht unbedingt so viel erwarten. Es geht trotzdem gut voran. Gut, dann lasst uns doch schon mal wenigstens die Sachen reinbringen, die wir reingeben können. Dich hier, das hier und das hier. Dann haben wir schon mal einen Großteil durch und Kupfer wird sich hoffentlich in der ganzen Folge jetzt Stück für Stück aufbauen. Ich liebe unsere kleine Elektronik. Das schaut schon cool aus irgendwie, finde ich. Wir brauchen nur Licht. Licht wäre noch praktisch. Alles ging hoffentlich dann in der Folge und in der nächsten. Oder in einer der nächsten Folge. I don't know what's happening. So, cool. Und dann bauen wir meine Lichtstämme genauso auf. Genau, mein Wunsch wäre, dass ich dich direkt hier sein... Dann gehen wir auf Kupfer und machen hier vorne den Fusionator hin. Wo ist denn das hier? Fusionator, Fusionator. Fusionator. Damit ich dann dich... Ungültige Form von Förderbund, was? Okay, dann muss ich dich nochmal ganz kurz aufweisen. Sorry. Äh, Fusionator. Ich sehe immer noch eine ungültige Form. Nein, zum Glück nicht. Und dann machen wir hier den ersten Lagercontainer hin. Perfekt. Sinter ist dahinter jetzt auch, dass wir sozusagen immer eine Backup-Leitung ziehen. Kupfer-Notfalls. Ach, schade, da brauche ich Kupfer-Draht für. Aber kein Problem. Wir können ja hier erstmal... ...schauen, wie wir das am besten ziehen. Ach, guck mal, so kann ich kopieren. Cool. Schick. Ah, ich habe hier keinen Splitter in der Nähe. Schade. Ähm, ich brauche hier dann einen Splitter, ja? Föderband-Splitter. Ein theoretisch würde das so funktionieren, aber leider nicht in diesem Fall. Drei. So. Entschuldigung. Da musste ich einmal kurz innere Luft rauslassen. Ach, ich drücke jetzt noch einen mittleren Maustast und das ist eigentlich gar nicht, was ich will. Ähm. Production. Nicht meiner. Ich will den Schmelz hoch, wenn ich aufstellen. Ah, dafür brauche ich mir Kupfer-Draht. Ah, die eine Ressource, die ich jetzt nicht mitgenommen habe, brauche ich jetzt. Ich bin echt gespannt, ob wir als nächstes schon Lampen kriegen, weil Lampen wären noch eine mega coole Edition für uns. Äh, ich muss auch apropos gucken, wie läuft es hier hinten bei euch. Äh, die laufen schon fast leer. Das ist ganz, ganz ungut. Äh, muss ich aufpassen, weil wenn die leerlaufen, habe ich gleich auch ein Problem. Äh, Kupfer-Draht, Kupfer-Draht. Kein Problem. Slow and steady. Alter, ich fühle mich, als ob ich vom Brontosaurus umgeben bin. Ich bin mir schon beim Überlegen, ob ich mir Ark Survival Ascendants aktuell hole. Einfach, weil ich das Spiel irgendwie von der Grafik mir egal finde. Und ich habe früher Ark gesuchtet wie ein Blöder. Das war schon lustig auch immer wieder. Schau, wir werden jetzt mal hier. Auf der Seite. Ich verbinde die Leitungen jetzt mal. Kann ich nicht das da natürlich ein bisschen vorführen. Und habe hier eine schöne Leitung durch. Hm, auch nicht schlecht. Alter, ich darf nicht jetzt zurück. Okay, auf einmal dauernd mittlere Maustaste. Das ist doch... Ah. So, wir platzieren direkt hier am Rand noch eins. Dann können wir von hier nicht... Was ist nach hier? Und nach hier schon mal greifen. Muss noch aufpassen. Da sieht das Limit nicht erwischt. Die Produktion ist eh nicht zum Glück so hoch. Aber wir wissen ja, was passiert. Bedeutet, ich muss als nächstes erstmal die Energieeffizienz erhöhen. So, die Kollegen liefern... Vielleicht wäre es schlauer gewesen, die direkt an den Splitter anzuhängen. Aber kann ich nicht einfach dich... Warte mal, Entschuldigung. Das muss nochmal weg. Mit einem Logistik-Förderband 2 hier verbinden. Obwohl, das hätte ich rein theoretisch mir lassen können. Äh, cool. Das läuft eigentlich relativ gleichmäßig rein. Dann ist es in Ordnung. Ich brauche jetzt nur noch ein paar von den anderen Materialien wieder. Ha, ha, ha. Habe ich jetzt endlich auf keinen Kupfer vormer genommen damit? Oh, Mensch. Das war dir dumm. Eigentlich wollte ich nicht Kupfer mit vornehmen. Damit der hier das zu Kupferdraht umwandeln kann. Weil wir ja eh so eine Masse an Kupfer haben. Habe ich wohl vergessen. So, unser Lager entnimmt mal hier eins. Dann nehme ich hier noch die neuen Sachen raus. Aber es wird ja. Also, ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, dass hier... Du musst doch immer meine Anlagen untersuchen, oder? Habe ich Bären dabei? Guck mal, ich habe eine Beere. Der rennt schon wieder weg. Machst du eine Beere? Hey, machst du eine Beere? Ob ich den angelockt kriege? Anscheinend nicht. Alter, das ist so dunkel da drin. Das macht es aber auch wiederum so cool. Du bist aktuell auf Kabeln. Aber da ist doch 25 Kabel drin. Schicke Sache. Rezept auswählen. Draht. Und direkt den Kupfer reinschmeißen. Super. Dann weg zu dir, weil ich muss noch ein paar Eisenplatten brauche da drin. Oh, mir gehen die Schrauben aus. Oh. Und diese Mark II sind eine teure Angelegenheit, leider. Ganz kurz warten. Bitte warten. Please hold the line. The person you are calling is currently working. You will be connected shortly. Ja, das dauert eine Sekunde. Modulare Rahmen. Die habe ich auch noch nicht gemacht. Und Kupferblech. Aber alle Sachen, die du dann halt seitwahrscheinlich brauchen. Kupferblech braucht Kupfer einfach. Macht das aus Kupferblech. Die Rotoren. Eigentlich gar nicht mal so toll, wie ich es erwartet hätte, ne? Erstaunlich. Erstaunlich, du. Gut. Dann maschinen wir mal weiter. Wir wollen ja schauen, dass wir heute vielleicht die Eisenproduktion schon mal so hinkriegen, dass die ein bisschen effektiver ist wie jetzt. Pet. Lauf doch nie dauernd weg, mein Freund. Alter, es hört sich an, als ob ein Brontosaurus hinter mir stehen würde. Das ist echt uncool. Hä? Was? To-Do-Liste. Leute, da kann ich mal eine To-Do-Liste machen. Wie es fehlt. Neun Bräu. Ich dachte, ich habe welche gemacht, Mensch. Oh, mein Hirn. Ich habe gleich nur die... Habe ich zufällig nur die Schrauben gemacht. Magst du Produktionanlagen? Pet, 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 pet. Ai, ai, ai. Keine Seite, ich glaube, ich habe mich ablenken lassen von dem Motor. Also vom Kupferblech. Hups. Einfach so passiert. So, jetzt haben wir ein paar versteckte Eisenplatten. Wie viele haben wir? 16. Sollte fürs Erste reichen. Ha, jetzt steckst du aber fest. Gott, der mit. Ich will den so lang petten, bis er mir hinterherläuft wie ein Hund. Das hört sich so dumm an. So, ich hätte trotzdem jetzt gerne, dass wir... ...mit Mark 2. Na ja, jetzt haben wir hier schon ein großes Lager drin. Und das soll sich dann hier aufsplitten. Gut, und hier kommen jetzt Öfen hin. Dazwischen kommt natürlich dann ein. So, einer. Und fürs Erste powern wir den von hier direkt. Weil immer zwei und eine Connection zu ihm und eine Connection weiter. Also ich muss euch natürlich erklären, was ihr machen müsst. Eisen barren. Komme ich jetzt an ein technisches Limit? Oh, fast. Okay. Kurzer Schwenk. Aber jetzt kriegen wir schon mal hier auch Eisen wieder her. Alles easy. Weil jetzt wird das dann eh intern weitergelagert. Jetzt kriegt dann sozusagen alles einen Eiseneingang und wird dann innen weiterverarbeitet. Äh, gut. Aber wir müssen jetzt trotzdem... ...le production. Ist natürlich blöd, dass der hier drüben noch einen Ausgang hat jetzt. Ähm. Was ist, wenn ich fürs Erste alle drei einfach so anschließe? Das ist keine Idee. Okay, mache ich mir das Leben mal einfach. Vielleicht mal zur Abwechslung. Hier her, du da rein und du da rein. So, ja, und du musst auch noch angeschlossen werden. Und jetzt sollte der schon hochfahren. Gut, unsere Kapazität ist dezent gestiegen. Auf 130. Vielleicht muss ich einen zweiten Stock machen, wo ich die Maschine reinsetze. Andere Frage. Ich habe doch jetzt diese Montagedinge auch noch. Wie groß sind die? Oh, schön, die sind noch größer. Huch, die brauchen also eine größere Anlage. Aber dann wird hier unten erstmal nur Teile produziert. Habt ihr gar nichts Pinkes gesehen oder so? So, ich werde hier noch eine Miner gleich... Äh, ich kenne Miner. Mann, ich will immer Miner platzieren. Ich weiß bloß nicht, wieso. So, und hier vorne machen wir jetzt einen Fusionator hin. So, ich bin hier vorne. Dann bin ich. So, ich bin hier vorne. So, ich bin hier vorne. So, ich bin hier vorne. Ich glaube, ich fange wirklich in der Ecke an. Das wird es sozusagen reinbringen in die Lager. So, warte mal. Warte, ich kann ja eigentlich einmal einmal entfernen. Moinsen. Da muss ich nicht so da draußen rumlaufen. Äh, Logistik. Ich glaube, so schauen die wieder gerade so durch. Ja, perfekt. Natürlich darf es auch, dass wir jetzt durch die Wand gehen und es ist überlappend. Und einfach nur, damit ich schon mal weiß, wo ich zirkeliere. Weil ich mache da jetzt zwei mit jeweils drei Minern rein. Das sollte ganz gut klappen dann am Ende. Weil die Idee ist... Ich mache jetzt hier noch mal ein Ding hin. Nein, jetzt Splitter. dass ich rein theoretisch von hier nach hier gehen kann. Und gehe dann mit einem Mark II Förderband von hier nach hier. So geht nicht dann direkt in die nächste Stufe weiter und geht dann von da nach da. Hier kommt ein zweiter Schmelzofen hin. Doch. Ja,- Ja,- So, ok, die sind auch angeschlossen. Eisen. So, rein theoretisch kommen hier noch zwei weitere hin. So. So. So, da brauchen wir Mark II für. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier natürlich ans volle Limit. Weil das auch die Idee dahinter ist, wie das so funktionieren soll. So, das ist sozusagen für das erste auch der letzte Anschluss. Und ich glaube, damit kommen wir auch ans theoretische Limit am Ende. Ich will sozusagen das Produktionsmaximum rausholen. Was ich natürlich machen könnte, ist hier hinten einen Splitter irgendwie hinsetzen. Die Splitter nach weiter vorne. Und dann von hinten füttern. Ich glaube, das wäre sogar einfacher, ne? Brauche ich nur... Warum kommt man immer auf die besten Ideen am Ende? Aber bauen wir gleich nochmal um. Bauen wir gleich nochmal um. Das ist gar kein Problem. So. Und bei denen kommt jetzt ein Fusionator wieder hin. das ist auch gar nicht alles. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Und schon haben wir eine Mega-Eisenfabrik gebaut. Alter Verwalter, gib dir was hier abgeht. Das ist halt nur noch reine Übermasse, die wir jetzt hier produzieren. Holy shit. Da ist jetzt drei drin und hier sind schon, ja, hier ist schon volle Kapazität. Schau dir an, was wir hier an Masse rauskriegen. Rein theoretisch müsste ich die auf Förderband 2 upgraden. Rein theoretisch. Wäre eigentlich das Schlauste gewesen, weil dann können die hier richtig mit Masse arbeiten. Aber erstmal bauen wir die Rückseite effizient um, weil klar, wir sind hier trotzdem sozusagen am Max, aber effizient ist es halt trotzdem nicht. Wir tun das Aufteilen auf, dass wir den lassen, wir gehen mit dem hinter, gehen da rein, tun die anderen zwei vor, verschieben genau mit die vor, die wir hier beile legen und splitten dann ab. Ich glaube, das ist wesentlich besser. Dann haben wir auch die Fläche hier gut genutzt. Super. Ich bin schon mal zufrieden, wir haben den ersten Teil dann quasi fast abgeschlossen. Ich will trotzdem nach der Mission noch schauen. After the mission. Weil wir haben ja dafür eigentlich extra Kupfer produzieren lassen. Das ist 200 schon mal. Die Frage ist, wie viel ist da hinten rausgekommen? Weil klar, es läuft hier die ganze Zeit rein theoretisch Kupfer hier raus. Aber wie viel haben wir rausgekriegt? Das sollte reichen. Super, das sollte reichen. Ich nehme gleich nochmal ein bisschen Kupfer mit. Und die Sache ist, vielleicht brauche ich doch eine Konstruktor extra nur für die Rollen, die gebraucht werden. für die Kupferkabel, die ich überhaupt benötigt wäre. Nicht benötigt, äh, sag schon. Für die Kabel, dass ich da eine eigene Fabrik mitmache. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So. Kupferdraht hier rein. Ah ja, stimmt. Die Button wieder drücken. Und Lift off. So. Milestone reached. You have been given access to the anti-waste effort for stress testing of materials on Exoplanet's bonus program, also known as Awesome. Your Awesome input allows Fixit to comprehend our amazing universe more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Directing parts of varying quantity and complexity into the Awesome Resource Sync will grant Fixit coupons. These coupons can be redeemed in the awesome shop for highly desirable items such as new foundations, walls, factory attachments, cosmetics, parts and more. Next time you have additional resources, just remember to go that extra kilometer. Go awesome. Ich will das jetzt probieren. Wir tun das mal kurz. Hier einmal reinsetzen bei uns beides. Ich hab die Kabel, ich brauch nur die Schrauben und die Eisenplatten. Das dauert natürlich jetzt mit den Schrauben ein bisschen, aber who cares? 200 ist jetzt nicht die schlimme Zahl, da hat man schon wesentlich Schlimmeres und ich muss die Furcht zum verstärkten Eisenplatten auch noch machen. Schön. Ich hab jetzt auch relativ viel gebaut, das muss man dazu sagen. Also wir haben jetzt echt eine coole Anlage gebaut. Die müssen wir noch ein bisschen optimieren, aber ich glaub, das sollte kein Problem grundsätzlich sein. Lass uns noch ein paar Dinge verarbeiten. Aber schön, dass du das mit dir to do liest. Das ist eine schöne Sache. Das ist wieder so ein kleines Add-on, was mega praktisch ist. So, ich hol schon noch ein paar Eisenplatten. Ein paar Eisenplatten. Weil es aktuell müssen wir so weit laufen für den ganzen Schittledoo immer. und in Zukunft ist das jetzt alles schön aufgebaut bei uns. Ich brauche Eisenplatten, warte mal. Wir legen ein paar Eisenplatten auch für die Mission mit. Warum nicht? Ich hab ja Inventarplatz, das geht zum Glück gerade. Dadurch, dass ich immer mehr produziere und die überflüssigen Sachen zur Seite raufkommen, ups, kann ich doch ganz schön schon gut aufräumen. Also wir machen schon einen dezenten Impact mittlerweile. So, Hallöchen, Agent. Wie viel kann ich machen? Ich brauche. Reintöte, spreche ich dir von denen eher. Da muss ich jetzt eh schauen, dass ich relativ schnell eine Produktion aufsetze, die immer das macht, weil die brauche ich auch wie blöd. Jetzt wird gleich mein Schraubenverbrauch wieder so hoch sein, dass ich nichts mehr habe, oder? Ja. Du siehst, wie die Schrauben sinken im Gegensatz zu dem Rest. So, okay, jetzt machen wir Schrauben. Aber da mache ich mir mal eine Produktion für extra. Also das ist eine Sache, die muss auf jeden Fall passieren, dass wir Eisenplatten und so Zeugs herkriegen. Aber wenn ich nur Eisen, wenn ich irgendwo das einfach hinstelle, Eisenlager davor, einen Splitter, der mir einmal Schrauben produziert und einmal mehr Platten produziert und dann hinten raus das Zeug, dann hätte ich wenigstens die schon mal auf Lager. So, perfekt. Wir können jetzt den Ausschraub-Shop bauen. Den platzieren wir schnell hier hin. Weil auf der einen Seite ist es ja der Ausschraub-Schredder. Der hat nur einen Input rein, theoretisch, aber kein Output. Ah, nee, das ist auch schon ein Schrader. Ach schön, der nimmt auch das weg, was wir schon gemacht haben. Und wir bauen den Ausschraub-Shop hier hin. Du musst nicht angesteckt werden. Okay, Awesome Shop. Willkommen auch so was. Aha. Ah, so eine Kleine. Oh, guck mal hier. Ein Fabrikwagen. Förderwandwandhalterung. Förderwandwanddeckenhalterung. Förderliftfundamentdurchführung. Alter, das ist ja mega cool. Schilder, Customizer. Fundament. Oh, schau mal, was für Fundamente es gibt. Es gibt Treppen. Halbfundamente. Okay. Wände. Fensterwände. Türen. Das ist, was ich brauche. Architektur. Moderner Laufstück. Fabrikleiter. Oh. Ich kann nur für Schrauben kaufen. Was ist das? What? Ah, cool. Es gibt ein Einkaufen. So, okay. Wait, was kann ich jetzt hier zum Beispiel wenn ich jetzt hier zum Beispiel äh, was muss ich hier rein? Alle verwenden. Ich kann jetzt aber nichts so rein tun, ne? Bedeutet, ich muss ein Lager hin platzieren. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht ordentlich, aber scheiß drauf. Ähm, nur für mich mal. äh, ich tue jetzt mal das Eisenerz hier rein zum Beispiel. Schredderst du das jetzt? Ja, das schreddert er. Ich gebe mir jetzt einfach mal so ein bisschen was, was ich da habe. Ich weiß, das ist komplett bescheuert, was ich tue, aber ich will es einfach ausprobieren. wir sind aktuell bei 14 Punkte pro Minute. Standardpunkte bis zum, DNA-Punkte bis zum nächsten Coupon. DNA-Punkte? What? So, jetzt kommen Platten. Bring die mehr? Oh ja, die bringen wesentlich mehr. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt den Awesome Shop gebaut. Kann ich mir hinterher mal leer machen? Geht das irgendwie? Warte mal. Genau. Wir haben jetzt den Awesome Shop gebaut und den Schredder. Ich würde sagen, damit haben wir ein sehr gutes Ende dieser Runde noch gemacht, in dem wir beim nächsten Mal vielleicht was beim Awesome Shop uns schon besorgen können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.